Auf Gehalts- oder Lohnabrechnungen finden sich in der Regel Abgaben für die Krankenversicherung. Welchen Weg nehmen diese Abgaben, bis sie bei der Krankenkasse ankommen? Und woher beziehen Krankenkassen vielleicht ansonsten noch Gelder? Diese Fragen wollen wir im folgenden Video klären. Sehen wir uns zunächst den Gesundheitsfonds an. Der Gesundheitsfonds ist eine zentrale Stelle, der die Finanzströme der gesetzlichen Krankenkassen bündelt und steuert. Er wird vom Bundesversicherungsamt verwaltet. Doch woher kommen die finanziellen Mittel für den Gesundheitsfonds? Auf der einen Seite fließt ein steuerfinanzierter Bundeszuschuss in den Fonds. Dieser wird pauschal gezahlt für versicherungsfremde Leistungen, wie zum Beispiel die beitragsfreie Mitversicherung von Familienmitgliedern oder Leistungen für die Schwangerschaft. 2016 beträgt der Bundeszuschuss 14 Milliarden Euro. 2017 wird er auf 14,5 Milliarden Euro festgelegt. Auf der anderen Seite fließen einkommensabhängige Beitragseinnahmen der Versicherten in den Gesundheitsfonds. Dazu legt die Bundesregierung jährlich einen einheitlichen Beitragssatz für alle Krankenkassen fest. Anhand von diesem Beitragssatz, der 2016 bei 14,6 Prozent liegt, werden die einkommensabhängigen Beiträge für die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung berechnet. Den Betrag teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils zur Hälfte. Maximal kann der Versicherungsbeitrag bis zur Beitragsbemessungsgrenze ansteigen. Im Jahr 2016 liegt die bei 50.850 Euro und wird regelmäßig angepasst. Welche Einkommen beitragspflichtig sind, ist im fünften Sozialgesetzbuch geregelt. Dazu gehören zum Beispiel Arbeitsentgelte oder Renten. Die finanziellen Mittel aus dem Gesundheitsfonds werden im nächsten Schritt an die gesetzlichen Krankenkassen zugewiesen. Diese Zuweisungen erfolgen anhand der Versichertenzahl und des sogenannten Morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs, kurz Morbi-RSA oder nur RSA. Morbiditätsorientiert bedeutet, dass sich finanzielle Ausgleichszahlungen an dem Krankheitszustand der Versicherten orientiert. Den Krankenkassen werden durch den Morbi-RSA also genau die Finanzmittel zugewiesen, die sie zur Deckung der unterschiedlich hohen Leistungsausgaben ihrer Versicherten benötigen. Dabei erhalten die Krankenkassen eine einheitliche Grundpauschale pro Versichertem. Diese wird um Alters-, Geschlechts- und Risikoadjustierte Zu- und Abschläge angepasst. Für 2016 sind insgesamt 243 Risikogruppen definiert, anhand derer Zu- und Abschläge für die Versicherten ermittelt werden. Die Risikogruppen unterteilen sich nach Alter, Geschlecht, Bezug einer Erwerbsminderungsrente und der Zuordnung zu einer Diagnose, die gegebenenfalls durch Arzneimittel validiert wird. Zusätzlich erhalten Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds Zuweisungen zur Deckung ihrer sonstigen standardisierten Ausgaben, zum Beispiel Verwaltungskosten oder Ermessensleistungen. Reichen einer Krankenkasse die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht, um ihre Ausgaben zu decken, können sie seit Januar 2015 einen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag von ihren Versicherten erheben. Dieser Zusatzbeitrag geht direkt an die Krankenkasse und wird allein von den Versicherten getragen und nicht vom Arbeitgeber. Sie haben jetzt die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland kennengelernt. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich. Alles Gute!